RPZ Impuls Das Auge feiert mit. Was gibt es an christlichen Festen zu sehen? Weihnachten bestaunen wir schön ausgestaltete Krippen. Für Ostern säen ganz viele Leute Weizen ein und legen Ostergärten an. Wie ist das an Christi Himmelfahrt? Was gibt es da zu sehen? Nichts. Die Jüngerinnen und Jünger sehen nichts mehr. Nichts mehr von Jesus, auf den sie Ostern alle ihre Hoffnung neu gesetzt hatten. In der biblischen Erzählung stehen sie nur noch da. Unbeweglich. Und sie hören ihr Start zum Himmel. Moment mal, das kenne ich. Die Szene erinnert mich an Videokonferenzen. Da höre ich auch manchmal, Claudia, dein Bild ist erstarrt. Du bewegst dich nicht mehr. Da hilft nur eins. Wieder ganz rausgehen aus dem Meeting und mich wieder ganz neu hineinlocken. Den Link hatte ich mir abgespeichert. Als ich im digitalen Raum wieder drin bin, höre ich, ah, da bist du wieder. Voll beweglich. Ah, da seid ihr wieder. Voll beweglich. Das haben die Jüngerinnen und Jünger vielleicht auch gehört. Sie waren auf einmal erstaunlich verändert. Der Satz in der biblischen Konferenz heißt an dieser Stelle Da fassten die Jüngerinnen und Jünger Mut. Sie stiegen den Berg hinunter und gingen nach Jerusalem zurück. Das klingt so, als hätten sie sich neu zugeschaltet. Es klingt, als hätten sie einen Link bekommen. Einen Link zu ihrem Mut und zu ihrem Glauben. Der Link sind Jesu Abschiedsworte. Mein Vater wird euch seinen Geist geben. Der wird euch zeigen, was ihr tun sollt. Und an Pfingsten spüren sie dann Gottes Geistkraft. Petrus ruft laut. Gott hat uns seinen Geist gegeben. An Pfingsten haben sie Gottes Geist gespürt. Diesen Link, den speichere ich mir ab. Ich mag mich zuschalten können in den Raum von Gottes Geistkraft, wenn ich auf neue Ideen hoffe, die von Gottes Geist erfüllt sind. Und dann ist da noch ein zweiter Link. Ihr werdet meine Boten sein in Jerusalem und im ganzen Land und bis an die Enden der Erde. Diesen Link, den speichere ich mir für digitale Zeiten besonders ab. Ihr werdet meine Botinnen und Boten sein, auch auf digitalen Plattformen. Ende April hat die EKD eine Denkschrift veröffentlicht. Freiheit Digital. Sie geht entlang an digitalen Formen und wie wir sie christlich verantwortlich im Geist Jesu, im Geist Gottes, im Geist der Zehn Gebote nutzen können. Mich erinnert es an ein Buch von Volker Jung. Er ist Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Sein Buch heißt Digital Mensch bleiben. Zwei Dinge sind ihm dabei ganz besonders wichtig. Dass wir auch in digitalen Formaten auf zwei Dinge achten. Nämlich Glauben zu stärken und Anteilnahme aneinander zu fördern. Wir können gegenseitig Anteilnahme fördern, auch am Bildschirm. Zum Beispiel, indem wir Zeit geben und einen Raum aufmachen, voneinander zu hören, was jede und jeden beschäftigt. Zum Beispiel, indem wir Räume einrichten, in denen es die Möglichkeit gibt, einfach so im Gespräch zu sein, ohne einen Arbeitsauftrag. Zum Beispiel, indem wir beim Verabschieden das Treffen nicht sofort beenden, sondern es offen lassen. Damit Gespräche noch weiter sein können, damit alle verweilen können, wenn sie möchten. Als hätten wir noch eine Tasse Kaffee oder einen letzten Schluck aus dem Glas Wasser. Und schon haben wir wieder Zeit gegeben und Anteilnahme gefördert. Glaubensstärkung war der zweite Aspekt. Wir können Glaubensstärkung durch Rituale auch am Bildschirm fördern. Zum Beispiel, indem wir einander beim Verabschieden einen guten Gedanken mitgeben, einen Wunsch, einen Segen. Zum Beispiel, indem wir biblische Worte oder indem wir Lieder hören und Momente zum geistlich Innehalten einplanen. Ihr werdet Botinnen und Boten Gottes sein, auch im Digitalen. Handelt im Geist Gottes, in digitalen Treffen, glaubensstärkend. Agiert im Sinn Jesu, wenn ihr euch digital trefft, indem ihr gegenseitig Anteilnahme fördert. Mit den Schülerinnen und Schülern, mit Konfirmandinnen und Konfirmanden, im Kollegium, in der Aus- und Fortbildung. Die Möglichkeiten dazu sind viele. Welche wollen Sie beim nächsten digitalen Treffen nutzen?